Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wer ist das denn? Das ist Simona. Wer? Ja, meine Hauptdarstellerin. Die machen ja anspruchsvolle Unterhaltung für Erwachsene, oder? Funny for everybody. Diesmal gibt es eine Musik, eine tolle erotische Reinstimmung fürs neue Jahr. Happy New Year, you naked. So, dann habe ich noch etwas ganz Spezielles. Hm, kenn ich, Mutter Gottes. Ja, aber das ist eine Besondere, gell? Die weint Blut. Bloody Mary. Schottland. Na, Taiwan. Anruf Mona. Anruf Oma. Hallo? Gut, sie fixen mir es an so blöd. Wir können es. Du hast es gemacht. Was habe ich gemacht? Du hast einen Toten auferweckt. Mona, komm heraus. Scheiße. Mona. Ich habe die Tür auf. Harikales. Sag mal, was macht ihr denn hier? Äh, Apokalypse. Aber das war nicht meine Idee. Du musst ins Gefängnis. Du bist an Mona umgebracht. Fürchtet euch nicht, denn ich bin Gottes Sohn. Hä? Ja, und ich, der Heilige Geist. Komm, schau genau, ich bin deine Frau. Ich zeig dir, wo der Himmelfater kommt. Ich zeig dir, wo der Himmelfare kommt.